Dr. Heiko Dittmar, Spilling Technologies GmbH, Big Heat Pump, Dampfkompression, Energieeffizient und CO2-frei. Ja, guten Tag. Von Sektorkopplung Power to Heat war heute schon verschiedentlich die Rede. Sie alle kennen Wärmepumpen aus der Gebäudeheizung. Ich stelle Ihnen heute eine große industriell nutzbare Wärmepumpe für Prozesswärme in der industriellen Produktion vor, die Spilling-Idee des Dampfrecyclings. Etwa 20% des deutschen Endenergieverbrauchs wird gebraucht, um industrielle Prozesswärme zu erzeugen. Das ist manchmal gar nicht so bewusst. Ein ganz wesentlicher Prozesträger dabei ist Wasserdampf wegen seiner hohen Energiedichte und seiner einfachen Handhabung. Und es dürften so im Jahr 150 Millionen Tonnen Wasserdampf im Jahr hergestellt werden in Öl- und gasgefeuerten Kesselanlagen. Und dabei dürften auch so 20 bis 30 Millionen Tonnen CO2 entstehen. Die Abwärme wird natürlich heute, Prozesswärme führt immer auch zu Abwärme am Ende, die wird natürlich heute genutzt für Gebäudeheizung, für Prozessvorwärmung oder es wird verstromt mit einem sehr mäßigen Wirkungsgrad. Dampfrecycling bietet eine ungleich bessere Effizienz. Wir nehmen die Abwärme und machen daraus frischen Prozessdampf. Ich möchte Ihnen zwei Beispiele vorstellen, die realisiert sind, Anlagen, die laufen. In Schweden trocknet eine Papierfabrik mit Wasserdampf so ein Zwischenprodukt, das ist üblich in der Papierproduktion. Und würden die diesen Dampf in einem Erdgaskessel erzeugen, dann müssten sie, das kann man unten links sehen, 28.000 Megawattstunden pro Jahr Erdgasleistung einkaufen. Wir nutzen vorhandenen Niederdruckdampf, Überschussdampf und komprimieren den auf das Prozessdampfniveau und brauchen dafür bloß 2600 Megawattstunden Strom. Also ein Zehntel. Für Wärmepumpen-Kenner eine Arbeitszahl von über 10. Das führt in Schweden dazu, dass die Kosten einsparen von einer halben Million im Jahr, Strom statt Gas, und dass sie auch noch erhebliche CO2-Einsparungen haben in Schweden, weil da nicht gerade grüner Strom ist, aber zumindest CO2-freier Strom erzeugt wird. Das zweite Beispiel ist ein Kreislauf. Wir trocknen ein Produkt mit Prozessdampf. Dieser Prozessdampf wird zurückgeführt in ein Kondensat. Die Brüdenwärme, die wird genutzt, um das Kondensat wieder zu verdampfen. Und der Dampfkompressor erzeugt frischen Prozessdampf. In einer zukünftigen Welt ohne fossile Energie für Prozesswärme werden wir durch Dampfkompression Prozesswärme haben, CO2-frei und energieeffizient. Dankeschön. Applaus 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 Applaus